Wir alle nutzen Suchmaschinen fast täglich in mindestens irgendeiner Form, aber wir wissen oft gar nicht, wie sie wirklich funktionieren. Die Informatiker unter euch werden sich jetzt denken, was für ein leichtes Thema, aber ihr werdet überrascht sein. Mittlerweile steckt da wirklich viel dahinter, auch für euch als Website-Betreiber. Ihr werdet vermutlich merken, dass ich mich hier häufig auf Google beziehe. Das liegt ganz einfach daran, dass die den massiv überwiegenden Marktanteil haben und dementsprechend auch Leute, die eure Website suchen, Google nutzen werden. Zudem ist sie technisch vermutlich am beeindruckendsten. Es gibt aber selbstverständlich eine gewaltige Breite an Algorithmen, die man sich hierbei einzeln ansehen kann. Falls ihr euch das wünscht, schreibt mir genau die Stelle, wo ihr tiefer reinschauen wollt. Eine Suchmaschine arbeitet für gewöhnlich in drei Schritten. Crawling, Indexierung und Bereitstellung. Zu deutsch also Website finden, Website verstehen und Website an den User weitergeben. Alle drei Schritte haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Fangen wir an mit 1 Crawling. Hier geht es darum, am besten jede einzelne Website der gesamten Welt zu finden. Einfach Google nutzen, oder? Ja, der war gut. Es gibt kein Verzeichnis von Websites, zumindest nicht direkt. Deswegen müssen im ersten Schritt die Hosts identifiziert werden, also die Server, die eine Website bereitstellen. Und schon hier stoßen wir an ein Problem inklusive Limitierung, die sich eben daraus ergibt. Wir haben hier ein paar Möglichkeiten. Wir können die Domains von Websites nutzen, also zum Beispiel the-maufeis.cc, oder aber wir gehen über die IP-Adressen. Starten wir doch mal mit den Domains. Wir wissen erstmal nicht, welche Domains es überhaupt gibt. Ist zum Beispiel the-maufeis.com vergeben oder nicht? Sinnvollerweise müssten wir also jede mögliche Domain an einen DNS-Server schicken und schauen, ob der was zurückgeht. Ihr seht wahrscheinlich, dass das nicht ganz so sinnvoll ist, wie man sich das vorstellt. Deswegen nutzt Google und vermutlich auch die meisten anderen Suchmaschinen einen eigenen DNS-Server. Sie speichern sich also in einer lokalen Datenbank alle Website-Einträge, die natürlich jeder Betreiber selbst einträgt, um überhaupt erreichbar zu werden. So erhalten wir die erste Liste an Websites. Leider reicht das nicht aus. Es gibt ja auch noch Subdomains. Wenn ich zum Beispiel auf Wikipedia gehe, deren Domain ist, in unserem Fall, wenn wir in Deutschland sind, de.wikipedia.org. Dann will ich nicht nur wikipedia.org als Suchergebnis angezeigt bekommen. Das Problem hierbei. Subdomains stehen in aller Regel nicht alle in der Liste vom DNS drin. Das tun nur manche, die ich explizit angebe. Das Problem sind die sogenannten Wildcards. Ich kann ja beliebige Einträge weiterleiten an meinen Server. Egal, ob da jetzt de vorne dran steht oder en oder oder oder. Von der Datenbank mit Name-Server-Einträgen kann ich natürlich einiges bekommen. Ihr könnt das zum Beispiel selbst ausprobieren. Mit dnsrecken-a-d und dann example.com zum Beispiel. Aber sagen wir einfach mal bei Google. Da kommt zum Beispiel Google Maps gar nicht mehr zum Vorschein. Unsere einzige Lösung ist also das, was Pentester auch machen. Subdomain-Brute-Forcing. Das heißt, eine Liste an häufigen Subdomains ausprobieren und schauen, ob wir da jetzt eine Antwort bekommen. Bei Google Maps zum Beispiel, maps.google.com, werden wir dann einfach weitergeleitet auf google.com.maps. Aber verfügbar ist dieses Subdomain. Jetzt kann man aber bei Google nicht nur Websites mit Domains finden, sondern auch welche, die eigentlich nur eine IP-Adresse und gar keine Domain haben. Google indexiert auch die. Und das funktioniert eigentlich gar nicht mehr über Domains, sondern zwangsläufig nur über Netzwerkscans. Sie scannen also, ob ein Server erreichbar ist. Und falls ja, nehmen die Adresse dann mit auf. Das ist aber noch lange nicht alles. Damit hat man ja nur erstmal die Startseite. Ich kann ja aber auch noch auf Links klicken. YouTube beispielsweise hat unfassbar viele Videos. Jedes davon hat einen zufälligen Link dahinter und taucht damit auch separat in der Google-Suche auf. Das ist brutal und funktioniert aber auch auf anderen Websites. Was hier passiert ist faszinierend. Manche Webserver stellen eine Liste mit Dateien oder Pfaden bereit. Sitemaps und RSS-Feeds gibt es auch noch. Die holt sich Google und schaut durch, ob sie erreichbar sind. Falls ja, ab in die Verfügbarkeitsliste. Tatsächlich schnappen sich Webcrawler aber auch jegliche Verlinkungen, die sie finden können. Zum Beispiel, ihr bindet einen JavaScript in eure Frontpage ein. Ab in die Liste von Google damit. Irgendjemand sendet eure Website per Mail an jemanden bei Gmail. Auch hier wird der Inhalt vermutlich analysiert und in den Index von Google gepackt. Es werden wirklich alle Verlinkungen genutzt, um möglichst detaillierte Ergebnisse zu erfahren. Und manche davon sind natürlich gar nicht möglich für andere als Google. YouTube-Videos zum Beispiel funktionieren nur so gut, weil es eine eigene Suchmaschine ist und Google deren Ergebnisse direkt bei sich mit einbinden kann. Unterseiten sind ziemlich schwer zu finden, häufig aber auch gar nicht erreichbar. Seiten hinter Logins, in Interneten oder ähnliches lassen sich natürlich gar nicht indexieren. Der nächste Schritt ist allerdings gleich nochmal faszinierender. Das ist die Indexierung. Das heißt, verstehen, was die Website überhaupt anbietet. Denn immerhin wollt ihr, wenn ihr nach Programmieren-Tutorials sucht, meine Videos finden und keine Bartpflege-Videos. Dazu wird natürlich erstmal mit den Tags auf der Website gearbeitet, ebenso wie mit den Inhalten auf der Seite. Wichtigstes Merkmal ist erstmal, ob eine Seite kanonisch ist. Das heißt, ob sie wirklich kein Duplikat einer anderen Seite ist. Ist sie ein Duplikat, also nicht kanonisch, dann wird sie seltener gecrawlt und eine Seite wird ausgewählt, um bei der Suchmaschine angezeigt zu werden. Die anderen erscheinen dann einfach gar nicht mehr. Dann wird gefiltert nach Sprache, Land und vor allem Nutzerfreundlichkeit wird ausgewertet. Dafür gibt es Benchmarks, wie zum Beispiel diesen Lighthouse-Report hier im Browser. Den könnt ihr auch mal selber machen. Kann man eigentlich für jede Website machen. Anschließend kommen natürlich noch mehr Analysen. Die sind aber leider nicht so genau dokumentiert. Solltet ihr allerdings so etwas nicht wollen, beispielsweise weil einzelne Seiten nicht gefunden werden sollen, dann schreibt ihr die normalerweise in die robots.txt rein, die direkt auf dem Root-Verzeichnis eures Servers liegt. Das ist aber selbstverständlich keine Garantie, dass die Seite nicht erscheinen wird. Im Gegenteil, Hacker schauen dort oft als allererstes rein, um Seiten zu finden, die ihr zu verstecken versucht. Falls eine Seite, die ihr angeben wollt, nicht gefunden wird, könnt ihr dort aber auch explizit reinschreiben, dass ihr sie finden wollt. Wie gesagt, Suchmaschinen sind sehr gierig nach links und holen sich alles, was sie kriegen können. Der letzte Schritt ist das Bereitstellen an den User. Das heißt, ihr sucht etwas auf dieser Suchmaschine und wollt natürlich die besten Ergebnisse dafür. So, und der Schritt ist ja eigentlich recht klassisch, könnte man meinen. Einfach die Website anzeigen und fertig. Die meisten Suchmaschinen liefern aber mittlerweile zu echt vielen Ergebnissen hunderte, ja tausende Websites. Welche packen wir wohin? Und das ist das Ranking. Während Position 1 steht, hat schon fast eine Marktführerposition sicher, zumindest wirkt es so, und kaum ein Nutzer schaut mehr an als die ersten fünf Ergebnisse. Quasi keiner klickt auf die zweite Seite. Ab der dritten Seite sind Google Ergebnisse quasi schon das Deep Web. Früher wurde hier getrickst, was das Zeug hält, denn Google hatte früher Kriterien am Start, wie zum Beispiel, wie häufig wird auf eine Seite verwiesen von intern und von extern. Also haben die ganzen Gurus sich tausende und abertausende Websites erstellt, die nur für externe Verlinkungen zuständig waren. Mittlerweile läuft das aber anders. Wie auch hier auf YouTube will Google im Endeffekt die Zufriedenheit mit den Ergebnissen wissen. Und die anderen vermutlich auch. Das heißt, Google misst, wie lange ihr auf einer Website seid, nachdem ihr was gesucht habt. Und ob ihr danach noch auf weitere Ergebnisse wechselt. Seid ihr nämlich zufrieden, kommt ihr erstmal nicht wieder. Oder zumindest nicht mit dieser Anfrage. Das ist ähnlich wie die Watchtime hier auf YouTube. Dazu kommt dann aber noch eine Klickrate. Das heißt, wie oft wird ein Link geklickt, wenn er angezeigt wird auf Google. Und dann sogar noch persönliche Präferenzen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich nach Bugs suche, kommt vermutlich Stack Overflow. Und sagt mir irgendwas. Wenn ein amerikanischer Gärtner nach Bugs sucht, dann wird er was zu Insekten finden. Und der deutschsprachige Kapitän eines Schiffes bekommt Schiffsteile angezeigt. Diese Informationen sind aber persönlicher Natur und müssen gar nicht in die Suche mit einfließen. Die werden eben nur genutzt, wenn vorhanden. Und es gibt selbstverständlich Suchmaschinen, die das anders regeln. Also ich fasse nochmal zusammen. Jeden Server der Welt identifizieren. Alles was darauf liegt, durchwühlen und schauen was es ist. Und anschließend Nutzer tracken und schauen, welche Website sie am meisten zufrieden macht. Und bei Änderungen natürlich wiederholen. Das wirkt krass, hilft aber auch oft Hackern übrigens bei der Arbeit. Denn Google macht genau das, was auch ein Hacker tun würde. In sehr vielerlei Hinsicht. Für eure Website solltet ihr also schauen, dass auch wirklich nur das öffentlich zugänglich ist, was öffentlich sein soll. Habt ihr private Excel-Sheets mit Kundendaten drin, solltet ihr die wirklich, wirklich nicht öffentlich verfügbar machen. Zumindest nicht so, dass sie jeder einfach angucken kann ohne Passwort. Als kleiner abschließender Tipp, googelt mal nach nur für den Dienstgebrauch filetype.pdf. Da kommen nur PDF-Dateien, die eben nur für den Dienstgebrauch sind. Sucht ihr jetzt noch zum Beispiel mit inurl.pdf, nur nach speziellen Domains, findet ihr teilweise wirklich sensible Daten. Seid bitte besser als das und lasst eure Daten nicht öffentlich stehen. Prüft das gerne jetzt direkt mal für eure Domain. Wenn ihr damit fertig seid, habe ich euch heute auch noch jemanden dabei. An der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz auf unseren Sponsor eingehen. Das ist heute wieder Get in IT. Bei Get in IT könnt ihr sehr schnell und einfach einen Job in, natürlich, der IT-Branche finden. Die größten Firmen haben ihre Jobangebote auch bei Get in IT hinterlegt. Das Tolle, du musst nichts weiter tun, als dich auf der Plattform anzumelden und dein Profil auszufüllen. Hinterlege dort, welche Skills du hast. Zum Beispiel agile Softwareentwicklung oder Kanban und was dein Werdegang und deine Ziele sind. Anschließend melden sich die Firmen bei dir. Der Prozess ist für dich natürlich vollkommen kostenlos und auch mit viel weniger Arbeit verbunden, als wenn du selbst auf die Suche gehen würdest. Damit möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Bis nächste Woche. Ciao.